Ja Jungs, es geht jetzt hier weiter mit dem Taxi-Busch und ich glaube ich habe die letzte Folge nicht gespeichert, scheiße. Scheiße, ich habe die letzte Folge nicht gespeichert. Okay Leute, die letzte Folge, ich verlinke Tims Kanal unten. Guckt euch mal bitte die vorherige Folge an, das müsste Teil 3 sein, ne? Ähm, ja. Genau. Das ist Teil 3, wir haben jetzt einen Plan. Ja? Es ist Teil 4, hier, hier. Loll? Loll? Hä? Ich bin gerade durch das Taxi, ich bin gerade, hä? Ich bin gerade durch das Taxipot durchgeglitschte. Youtube. Guckt mal bitte auf meinem Kanal, ähm. Rass mich mal so'n mega geilen Wachs. Na los, fahr! Lieb, bleib runter! Oh nein! Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Vorsicht, dass ich hier bin, ich bin wachsend. Ich glaub, ich denke, ich bin jetzt einfach zu viel langer weit. Mach doch jetzt mal los hier! Hä, wo fährst denn du hin? Du fährst gegen die Wand jetzt! Ich kann nicht ausfahren! Oh, ist der behindert! Ist der behindert! Mach doch mal die Scheiße! Ja, die sollen jetzt mal ausmachen! Alter, das ist so unnötig! Ich kann dich ausparken! Ich kann dich ausparken, Alter! Alter! An meiner Stelle würde ich da oben nicht so offensichtlich vorgehen! Loll! Loll! Ich lieg grad aufm Boden! Hä? 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 Was ist das? Hä? Guck dir den mal an! Alter hat der Drogen genommen oder so! Du bist jetzt hier am Hafen oder wo bist du! Ich bin nur aufm Boot, aber ich bin die ganze Zeit rot angeschlagen! vor weiter vor jetzt mal hallo wie lange gebraucht sind dort hin ich bin rot angeschlagen bist du behindert ausparken du bist bei mir schon links im hafen bei mir bist du schon fast im turm alter was ist das für eine scheiße ich bin schon wieder rausgeglitscht ich bin schon wieder rausgeglitscht mann alter könnt ihr das mal lassen hey du bringst mich grad um hör auf mach jetzt alter hey jetzt bin ich jetzt bin ich was ist das für eine scheiße die nenne ich die verpackt die folge alte macht ich breite die könnte ich aus dem dings raussnipen kommt dann sofort runter bei mir sehen vor ganz weit vor zu denen das würde sie sehen ja die ich könnte ganz leicht draußen halten ist ich sehen was oft ist nämlich der suche der schnell die ganze zeit pikachu habe ich fast pikachu pikachu habe ich fast nein scheiße alter nein ich bleibe mit dem ding ist dann ok ab wenigstens in ja ich auch alter